Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stalker, ich glaube das wird die letzte Aufnahme Session, wird nicht mehr lang und wir haben die ganze Scheiße heimlich fertig. Oh man, es war ein langer Weg hierhin, ich weiß gar nicht wie lange ich gebraucht habe die ganze Scheiße hier aufzunehmen. Oh mein Gott, ich bin von allen Seiten beschossen, beziehungsweise wir werden noch nicht beschossen, aber ich denke das wird nicht lange auf sich warten, bis wir hier auch unter Beschuss genommen werden. Ach Scheiße, Scheiße, oh mein Gott, okay, wir haben den Weg frei gemacht nach Tschernobyl, das äh, also zum Atomkraftwerk. Sollten wir mal gucken, dass wir unseren Arschstein bewegen. Hier ist auch irgendwo ein Neutraler. Oh, da war ein Neutraler. Fuck, wo sind die? Ach, fickt euch doch. Oh, wie viel Heilung und Eis habe ich denn überhaupt noch? Scheiße. Scheiße, Scheiße. Ich habe ja ganz vergessen, ich habe kaum noch Muni und alles. Das lief ja alles nicht so geil damals. Geheimnis! Du lebst! Hervorragend! Du hast es wirklich geschafft und den Hirnschmelzer deaktiviert. Hier sind alle fast verrückt geworden, als wir es herausgefunden haben. Alle die Kunden sind sofort zum Zentrum der Zone aufgebrochen. Solitär-Stalker, die Freiheitsfraktion, Pechter, sogar Söldner. Dem ersten, der es dortchen schaffen, wird alles gehören. Der Wunschgönner eine wahre Feuchtgruppe von voller Artefakten und Wärme. Der Einst, wenn der Gönner sämtliche Wandel der Stationen, wird dem ersten, der ihn erreicht, ein Wunsch gewährt. Eine Einheit von Veteranen versammelt sich in diesem Moment oben, Privyat. Wenn du dich bereitst, kannst du dich ihnen anschließen. Achtung, Freiheitsdruck! Hier spricht der Kommandant der Wächter. Ich befehle euch, umzudrehen und von hier zu verschwinden. Ihr habt hier im Zentrum der Zone nichts verloren! Schnapp sie euch! Was spielst du dich hier als Kommandant aus? Jetzt werden wir dir zeigen, wer hier verschwindet! Männer, mach sie fertig! Ja, mach doch! Sehen wir bei! Okay, Alter, hier geht ja alles den Bach und der... Wow, wow, wow. Hier beschießen sich ja wirklich alle. Oh, ich bin ja fast tot. Hier geht's richtig ab, alle wollen in die Mitte. In die goldene Mitte. Dieser Sidorowitsch meint, wir sollen mal gucken, dass wir vielleicht diesen einen vor... Ah, fuck, fuck, fuck. Diesen einen Trupp da erwischen, dass wir mit denen davor stürmen. Wo ist denn hier einer noch? Ich weiß, ob das hier einer ist. So. Oh, 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 oh. Strahlen-Niveau, Strahlen-Niveau. Oh mein Gott! So. Hier sind doch noch welche. Ach da. So. Sehr gut. Ach, und die sind alle unsere Freunde jetzt. Yay, Freunde! Alter, warum ist das Strahlen hier wohl so krass? Und Wodka. So, fuck. Das muss hier alles erstmal weg. Nein! Ach, fick dich doch. Das war nicht dein Ernst. Dachtet man einmal drauf, äh, nicht drauf und dann passiert so eine Scheiße. So, nochmal die ganze Scheiße hier. Ja? Ja, echt, sorry. Ich hab nicht drauf geachtet. Das ist so typisch. Ja, fickt euch doch. Ich laufe einfach vorbei. Was sollen die schon machen? Wow, 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 wow. Okay, der ist nicht. Oh mein Gott, da hab ich mich erschreckt. Okay, wir haben noch knapp 90 Schuss. Das sollte bis jetzt reichen. Die Gegner da vorne hatten ja auch noch Munition. Ne, ich schmeiß jetzt erstmal den Scheiß weg. Weggemeld, weggemeld. Der Rest behalte ich erstmal. Solitärstalker, die Freiheitsfraktion, Fechter, sogar Söchter. Dem Ersten der Restorchinschaft wird alles gehört. Der Wunsch für den 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 Wunsch. Fuck, fuck, fuck. Wow, oh Gott, ich dachte, da wäre noch einer. Ja, 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 okay, ich hab's ja gecheckt. Ja, mal wieder das Gelaber anhören. Autsch. Ich hab Schaden, wobei ich sprunggekommen. Was ist denn die Scheiße? Okay, helfen wir denen hier nochmal. Okay, helfen wir denen hier nochmal. Okay, helfen wir denen hier nochmal. So. Der Nächsten. Oh, die schießen nicht schlecht, die Typen. Was ist denn Kriegnern? Wow, 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 chill. Sehr gut. Da vorne sind es auch Gegner. Oh, ich wusste ja nicht, was droht. Ich hab vor allem keine Muni mehr. Noch drei Schuss, komm schon. Ja, fuck. So, mit der Knarre. Ist er tot? Ja. So. Das jetzt erstmal ist mit mir. Ist die besser? Ja, tatsächlich. Nehmen wir die mal mit und gleich auch die Muni dafür. So lange ich nicht vorweg ist, alles gut. Ja, komm schon. So. Erstmal wieder nachladen hier. Hey, warum sind die diesmal nicht meine Freunde? Was ist das für ein Kack? Ja, 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 chill. So, jetzt erstmal die Waffe ausrüsten hier. Zack. Die hier sind erstmal weg. Ähm. Ja, doch. So ist es okay. Oh, fuck. Ich sterb fast wieder. Nicht nochmal. Oh, ich verreck hier die ganze Zeit. Warum ist hier überall so krasse Strahlen? Oh, man nervt das. Sind das diese Monolithentypen oder was? Oh, was? Alter. Scheiße. Das war aber ein guter Schuss. Ich sollte mich auch vielleicht nicht mitten in den Weg stellen. Das können wir doch besser. So, zack. Schnell so ein Strahlenmittel genommen. Jetzt verstecke ich mich mal hier unter dem Baum. Ich bin immer so hoch konzentriert beim Schießen. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen weiter vorzustoßen. Oh, hier ist ja die Strahlung fies. Oder will ich mir das? Nein, ich will mir das nicht. Okay, das brauchen wir nicht. Der war schon ganz schön nah dran hier. So, wo seid ihr? so viele kann das nicht mehr sein so typisch versuchten mit der knabber gibt sie was zu holen irgendwas cooles alter wir sind gleich in pripyat das ist so schön ich liebe diesen moment wenn man zum ersten mal in diese stadt geht so sind wir gleich da so es können wir auch zu unserem trupp hier vorstoßen ok jungs ich kenne den fahrzeug station ok go jungs geht doch echt gut organisierte typen laufen alle gleichzeitig los wenn ich mich recht erinnere dann waren hier überall scheißschafschützen und alles ein das kann ja lustig werden so gut wie ich hier schießen kann ich dachte schon was mit dem was ich los kann einfach stehen hübschrauber oh den falschen angeschossen das soll mal keiner ich habe einfach nur meinen eigenen kuppel angeschossen scheiße ok ich glaube ich bin ein schlechter verbindeter nichts passiert nichts passiert nichts passiert alles gut oh mann der arme sorry wollte ich nicht mal gucken wie viele es noch überleben bis ich mit dem hier ein fertig bin wo 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 oh fach wo ist noch einer wo ist noch einer wo ist denn noch einer ach da wo kann da raus die Penner so einer soll hier noch sein hä wo denn ist da einer im Fenster ah ah ok das war schon ein bisschen mies oh schon wieder einer tot das war ich diesmal aber nicht wirklich nicht ja dann verricht die eine nach dem anderen oder ist das gescriptet ich weiß es nicht wirklich aber das bockt schon mit diesem in dieser großstadt so mit diesen häusern ich mag das ich hätte es cool gefunden wenn es mehrere von solchen bereichen gibt zur linken wo oh fach da hat er auch noch na verreckt komm schon oh meine frisse ist so typisch nein nein oh mein Gott mein Gott mein Gott ich sterbe ich sterbe ich sterbe na geht der so wo sind die anderen ich hoffe es hat keinen Fehler hier zu speichern ich hoffe es hat keinen Fehler hier zu speichern ich hasse es er kommt gleich um die Ecke also sofort sofort schießen oder auch nicht der war gut der war echt gut mein Freund den kriegst du sowas von zurück ach du Penner mach mal mein Licht aus ich hab ihn in die Fresse geschossen was ist denn das ach man aber schrubfländen sind doch cool oh nein die Waffe hat geknämmt oh buh 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 Entschuldigung alles wieder cool so Licht aus anschleichen meine Fresse ist das noch normal warum hält der so viel aus oh voll ja genau 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 mit der Schrotplinte auf einen über zweit entfernten Typen schießen neuer Tiefpunkt erreicht so so soll das aussehen oh ich liebe diese Waffe für die braucht man absolut kein Können so auch nein oh man das ist einfach so unfair hätten wir äh klar ich hab nicht gespeichert oh so soll das aussehen nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben Workshop ich find's witzig notice wo war der Typ oh 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 alter was ist das für ein kranker Typ nein nein aha ich hab den Ladeknopf gedrückt statt dem Speicherknobs Die liegen aber auch zu meiner Verteilung. Die liegen wirklich direkt nebeneinander. Ja, okay, der war wirklich daneben geschossen. Ja, das muss echt eins der spannenden Let's Plays überhaupt sein. Zehntausend Mal hintereinander genau denselben Abschnitt zu sehen. Das ist echt, echt unglaublich. Ich glaube, damit werde ich wirklich Let's Play-Geschichte schreiben. Mit diesem besten Spieler können überhaupt. Ist das ein Kopf? Ja. Okay. Da habe ich ein Laufen sehen. Wo ist er denn jetzt? So, jetzt erstmal Speicherknopf drücken und nicht mit dem Ladeknopf verwechseln. Munition mitnehmen. Und gucken, dass ich mich auf die andere Seite retten kann. Oh, habe ich viel Pistolen-Munition. Oh, ich soll vielleicht die Typen hier auf dem Weg ausrauben. Wenn ich jetzt nicht wieder umgebracht werde. Okay, der hat nur Scheiß-Munition. Was ist denn mit dem Typen hier hinten? Der auch, aber ja, wenigstens gute Medikamente. So, von wo schießt die Penner? Ah, ich soll vielleicht auch mal in den Missions-Log gucken, dass ich hier diesen anderen Weg finde. Äh, wo ist denn das? Das geime Versteck in Pripyat. So, wo ist denn das? Okay, das ist irgendwo weiter vorne. Ich speichere mal. Ich höre hier irgendwo Gegner in der Nähe. Da hinten, also. Oh. Oh, fuck, fuck. Nicht sterben. Sehr gut. Komm schon. Wo seid ihr ihr Penner? Oh, ich wünsche, ich hätte mehr Munition für diese Waffe. Da ist er. Oh. Oh, 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 oh. Verstecken. Verstecken. Speichern. Mal proben, ob ich hier unten durchschleichen kann. Okay, das hat mir gar nichts gebracht. Ah, ich glaube, Rhein-Russian ist nicht so eine gute Idee. Habe ich Rhein-Russian gesagt? Das ist gar nicht. Oh, fuck. Habe ich gerade ab? Ähm. Nein, habe ich nicht. Sehr gut. Fuck, 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 fuck. Und wo schießen die? Ich will hier hinter. Oh, Gott. Na, dafür habe ich wenigstens ein bisschen Munition wieder. Meine Rüstung macht absolut keinen Schutz. Ich muss eine Rüstung finden. Ich sehe nicht, von wo die schießen. Ich will mal speichern. Ja, unter meinem Stein. Wow, 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 wow. Okay, okay. Fuck. Und wo? Und wo? Wo denn? Bedammte Scheiße. Ich sehe ihn nicht. Da läuft er. Ja, du Penner. Oh. Na. Das war so klar. Entschuldigung für diesen Ausraster. Aber ich bin momentan, momentan ein bisschen, ein bisschen fällig. Aber nur so ein bisschen. Noch sabber ich nicht auf den Tisch. Noch nicht. Ah, geil. Ich habe keine Medi-Packs mehr. Anders habe ich mir das auch nicht wünschen können. Denn ich möchte es ja schwer haben. Ich bin ja so ein Profi in diesem Spiel. Alles andere wäre ja für mich zu einfach. Oh, fuck. Okay, die sind überall. Die sind wirklich überall. Kurz speichern. Und erschossen werden. Komm schon. Ich will erschossen werden. Okay, den muss ich jetzt killen. Weil ich brauche... Oh, fuck. Nein, 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 nein. Ich hasse es. Oh mein Gott. Es muss natürlich erst mal richtig scheiße werden. So kurz vorm Ende. Man muss so richtig schön angepisst werden. Oh, das hat mich irgendwie an DayZ gerade erinnert. Ich habe letztens mit Erik, also einem Kumpel DayZ zusammen gespielt. Da haben wir so einen Typen versucht umzulegen, der halt vorher Erik umgelegt hat. Und die Situation sah wie folgt aus. Ich, komplett, fast kein Blut mehr, nur noch am Zittern. Oh, er ist tot. Und, äh, nur mit einem Revolver ausgerüstet. Das heißt, äh, eigentlich komplett scheiß Ausgangslage. Was ist, äh, der Typ taucht auf, ist gerade beschäftigt damit, äh, einen Typen auszuräumen, den er gerade umgebracht hat. Ich habe die beste Idee meines Lebens. Rauf, laufe mit meinem Revolver ihm direkt vor die Fresse. Schieße wie wild, komplett abzittert, so ungefähr auf ihn drauf. Und, ähm, naja, er geht ein paar Schritte zur Seite und jagt mir eine Kugel im Kopf und das war's. Beste Aktion ever. Das hat mich gerade daran ein bisschen erinnert. Und, äh, sowieso, ey, ich bin irgendwie nicht so wirklich der beste Shooter-Experte überhaupt. Ein bisschen scheiße, worauf ich mich hauptsächlich eigentlich konzentriere hier auf so Endzeit-Sachen und so, die eigentlich hauptsächlich mit Schusswaffen und so zu tun haben. Aber, naja, was soll's. Ich mag so eine Spiele halt und wenn ich scheiße bin, dann bin ich halt scheiße. Was soll man machen? Ich hab halt die Reflexe einer toten Katze. Kann ich nix gegen machen. So. Da war doch irgendwo ein Assi, der mir aufs Maul gehauen hat. Wo bist du denn? Ach, da hin. Naja, verrecke. Verrecke. Wie weit denn noch? Speichern. Ich will mich eigentlich hauptsächlich nur an den Gegnern vorbeischleichen, weil mir das zu doof ist. Ich, ich meine, ich hab keine Chance in einem offenen Kampf. Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, von wo, von wo, von wo, von wo, von wo, von wo. Lager für, leck mich doch Lager vernichten. Ich mach jetzt gar nichts mehr. Ah, fick dich, du Arschgericht. Ah Gott, ich brauch nen Schluck meiner Siegeskohle. Auch wenn ich bisher keinen wirklichen Sieg zu verzeichnen hab, vielleicht hilft's ja dabei. Moment. Falsche Richtung, oder? Ja, da muss ich dann. Ah, heul nicht rum, du bist kaum irgendwas runtergesprungen. Penner. So ne Pussy, ey. Lässt sich vor den paar Kugeln sofort so verweichen. Verreckt doch. Oh nein. Oh nein. Ich speichere, bitte war das kein Fehler. Oh Gott. Oh mein Gott. Das hat funktioniert, oh mein Gott, das hat ausnahmsweise mal was funktioniert. Hm, ich will mal wissen, ist die vielleicht besser? Ja, die ist ein Tick ne besser. Dann lass ich die erstmal feilen. Bald die andere. So, ihr kleinen Penner. Die haben alle diese gleiche Waffe. Ich könnte an sich auch die Waffen nehmen und die entladen und dann hätte ich mehr Munition, aber... Ach, das dauert mir zu lange. Wo ist hier ein Gegner? Ich sollte vielleicht speichern. So. Hier ist irgendwo einer. Oh Gott, Panik, Panik, Panik. Deswegen hab ich so viel daneben geschossen, ey. Oh Gott. Das war so dumm. Zack, Munition. Aber hier ist dieses Versteck, wir sind gleich da. Wow. What the fuck? Das war so dumm. Das war die, alle da. Denn da ist echt was... Töber werden...